Das ist ein super, super Gefühl hier und ich hoffe, dass ich das vielleicht nochmal wieder machen kann. Also es hat Spaß. Ich bin über den Adventskalender hineingekommen und habe das gelesen und habe dann auch jeden Tag mitgemacht. Das Besondere ist eben, dass man so nah an den Spielern dran ist. Das ist einfach super. So, ich halte dann gleich da hinten vor dem VIP-Eingang. Bis zum nächsten Mal.